Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Alter, diese Fehle ist ja... Ich treff die nicht, die hat irgendwie... ...ein Abwehrmagneten bei mir. Könnte sein, dass sie laufen, wenn die Hunde da hinten bellen. Ich treffe die auch nicht. Ich treffe die auch nicht. Da tausse ich mich ein. Ja, irgendwas kommt. Hat einen Hit da oben, ich sehe das. Einer hier unten hinter der Mauer. Oh, ein Baudi ist hier neben mir. Hm. Headshot down, die Fehle ist. In dem Fenster, falls da jemand hingucken möchte. Ich mach mal einen Ping weg. Jetzt kommt das Baudi, was hier neben mir war. Kommt hier irgendwo. Na, der umläuft hinter der Hütte lang. Leider kein Melee mehr. Hier stehen heiß. Mein Speer ist weg. Ne, die Baudi rennt wieder rein? Ich weiß das nicht. Ja, ja, der ist wieder drinnen. Der will die Fehles holen, muss er ja. Hier links ist wieder jemand in dieser komischen Hütte. Ich hör ihn trapsen. Renn jetzt rüber ins andere Gebäude. Ja, ich komm mit zu dir. Also wie gesagt, hier ist wieder jemand drin, wo vorhin schon jemand drin war. Das könnte der Bogenmann sein. Da liegt auch noch mein Speer irgendwo. Ich meine, wir könnten den kurz wegholen, dann haben wir da Ruhe in der Hinsicht. Das war ja vorhin mein Plan. Hier gibt's noch Käfer. Also gehen wir da jetzt rein, ja? Ja, ja, wir gehen da. Ich komm, ich bin auch mit da. So gut wie. Hm, ich bin schon da. Ja, der rennt da hinweg im Wald. Oh shit. Ich dachte, der kommt raus. Schießt der auf Mick? Was ist? Ist ja irre. Dahinter weg. Hast du ihn noch, Michael? Nee. Nee, nee, nee. Das ist voll. Shit. Ich check mal die Brücke hier. Hm, der hat sich locker in den Busch hier gesetzt irgendwo. Bounty rennt jetzt rüber nach Terminus Bahnhof. Da, nee. Guck mal, ob ich meinen Speer wieder kriege. Fühle ich irgendwo schon besser mit. Nee, wo ist denn jetzt dieses Kackhaus da? Okay, dann wollen wir lieber dem Bounty hinterher, oder? Ja, ja, können wir machen. Die scheinen ja da unten raus zu wollen. Oh, Gott sei Dank, da ist er. Okay. Also, fehl ist einmal down. Und dann habe ich noch so einen Typen, könnte auch so ein neuer Amigo hier sein, so ein neuer Skin, oder es war halt einfach nur irgendein Typ mit Hut. Hier ist noch nur ein Toolbox. Nee, richtiger Cowboyhut. Hä? In Terminus Bahnhof schießt noch wer? spielt jemand von uns eine frau ich in dem compound habe ich meine mein hammer achievement geholt ich glaube die kriegen wir nicht mehr die boys das sei denn die machen noch hellbauen und jetzt ist ein emulator ohne jetzt sind hier rüde noch einer jetzt sind sie doch ein bisschen schlechter vorangekommen eigentlich bin ich die achse ich will mich heilen obwohl jetzt sind sie doch gleich da die wollen es auch komplett wissen meinst du der ist so schnell dahin gekommen hey das ist doch aber irgendwie gerade alles komisch ach der ist am extraction point das ist das für ein quatsch so auch immer da so weit vorne dass du bist ja auch immer da so weit vorne dass du bist ja auch immer da so weit vorne ich kann euch nicht folgen ich habe jetzt hier den anderen spieler hat nicht der eine eine ist tot michael geil noch jemand tot beide tot glaube ich wir müssen beide hier oben vielleicht doch hier ist ruhig okay cool jetzt zu jonas schnell ja bei jonas ist einer irgendwo hinter verschwunden ich weiß aber nicht ich sehe ihn nicht weil er einfach komplett schwarz gekleidet ist ja ich bin tot der ist über dir der ist vor mir nicht über über mir geht nicht bin am erbrand das ist der bogen mann oder die bogen frau danke das einfach zum extraktion gehen ja 255 ist ja ja da sind sie schon direkt direkt vor mir hier jetzt muss kommen die anderen weinen sind auch hier haftig lebt und auf dem weg jonas wir können die auch hinten links am haus ja hat nicht der der maid liegt da um der ecke das ist ja auch kein mehr alter was denn hier los hier hier im haus jonas ja ich komme alter dieser grunge der hat zwei kugeln gefassen keine ahnung ohne nicht barber jager michael wo bist du ich snipe von hinten steck dich hast du eine sniper ja ja sein mait liegt hier leider nicht mehr er ist hinterm haus glaube ich ich weiß es aber auch nicht wenn du das möchtest mach ich das ja mach ich möchte ich der crouch doch hier ich höre ihn doch ah der ist ja ja der ist hier hinten im wald war da wo der armut schreit war das der oh 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 scheiße oh mein gott erst mal weg hast du jetzt schon ja ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich auch ich auch ich auch ich auch denkt dran die sind wieder zu denkt dran die sind wieder zu zweit der kumpel liegt direkt hinter dem wagen da muss kurz nah landen da ach der ja da liegt da das feuer auch werde ich nicht nehmen können hinter dir an dem wagen war auch noch feuer dahinter irgendwo hier da ist feuer ja ne ich stand zu lange rum weil ich so zielen musste durch die konstantina mit dem feuer da sind alles glaube ich alles drei kunden ne ne joke beetle ok mother fucker äh dat hellborn bounty ist hier und ich möchte euch nur mal sagen da ist ein richtig ekliger spieler bei da in dem haus wo ihr wart vorher jonas ist der ist nicht hier naja einer links wird kurz sagen bei meiner leiche irgendwo ja ich schick mal kurz nen beetle hin ne jonas ich hab auch nen beetle aber mach ich nicht ne mach ich nicht wollte nur sagen dass ich auch noch einen habe ich will auch weg von dem von dem compound ja das sind genau die drei ja ja genau bei meiner leiche auf die kommt jetzt zu euch kommt genau auf euch zu kommt auf dich zu kommt auf dich zu hat hit ich hab aber grunt ja hat ap gedreht hat nochmal den käfer bekommen also ich sage das nicht oft aber dieses bounty team ich habe angst vor denen wirklich ich habe wirklich angst vor denen das sind auch die michelle die uns letztens mit laster oder was das war in der letzten runde weggemacht haben das ist dieser baba jaga fuzzi und dieser con conquer oder wie der heißt die dürften eigentlich hier weiß nicht warum wir solche leute haben aber die haben auch beide neue accounts ich kann doch mal beetle wenn du willst hallo ja sie ist gerade bei mir dran ja ihr müsst nur mit mir reden danke jetzt kannst du wieder kein welken verloren auf mich wird geschossen silencer von rechts hier links liegt jemand das ist wieder eine kutte dahinter habe ich ein feuer beetle ne die im aid liegt da ja halt immer noch eingepackt die sind nur zu zweit ja packt er sein schwer aus oder was jetzt übertreibt er aber da rennt einer da und da hat wieder ein hit ui ist das das bounty schon der ist tot da kutte ist hier irgendwo ja hier vor mir das müsste es gewesen sein oder hallo würde ich sagen ja danke jetzt bounty ist noch 300 auf 300 damit das alles und Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah! Huh? Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Oh, come on. 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 Oh, come on.